2017 soll in Niedersachsen eingeführt werden, dass der Schnabel eines Huhnes nicht mehr gekürzt werden darf. Bisher wurde dies getan, damit sich die Hühner nicht gegenseitig umbringen, indem sie sich gegenseitig die Federn ausreißen oder das Fleisch von den Knochen. Wieso also das Verbot? Wenn Hühnern der Schnabel gekürzt werden muss, damit sie sich nicht gegenseitig töten, müssten auch allen Menschen die Hände abgehakt werden, weil die mögliche Gefahr besteht, dass diese das gleiche tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017